Servus im spanischen Kochstudio, Pablo Bommes. Wir machen heute mal Hähnler vom Drehgrill. So sieht das aus, die ersten Minuten, Hähnler vom Drehgrill. Unser Ergebnis nach einer Stunde. Ja, das schaut schon mal gut aus. Genau, schaut gut aus. Die sind fertig, die Köcher. Hauen wir rein. Besser können es gar nicht sein. Unsere Flattermänner, die sind fertig. Naja, nochmal von der Position. Mit Palmen im Hintergrund. Pablo Bommes, das spanische Kochstudio. Hauen wir rein. Sauber, unser Gummiadler. Jawohl, ein schöner Soße dazu und auf geht's. Rillen unter Palmen und danach ein gescheiter Arschbomben in einem Pool. So muss es sein. Hähnler sind fertig, auf geht's. Sch raket im Daub bei Ihnen. Auf geht's. Auf geht's! Next time Nein! Henriaka macht Kathy Mülla, Woop Gäbert. Vielen Dank.